Bist du ein bisschen gereizt? Hast du wenig geschlafen? Ich bin gar nicht gereizt. Mof, ich bin ein bisschen agg- bin ich aggressiv? Ich habe wenig geschlafen, aber jetzt habe ich ein Kaffee bekommen. Und ich habe Felix gesehen und jetzt geht es mir gut. Und du hast die Drohne dabei, oder? Ich habe die Drohne dabei. Extra für dich. Sehr gut. Bist du froh? Ja. Eben, erzähl uns doch mal, was du morgen vorhattst. Hast du einen Livestream, Live-Facebook, irgendwas gesehen? Ich kann es noch nicht sagen, aber das Facebook-Livestream, das muss ich machen. Ich weiss aber noch nicht wie. Es ist mega cool. Soll ich das machen? Warte, ich könnte jetzt ja... Wie geht es jetzt schon wieder? Ich muss jemanden fragen, ob man technisch ein bisschen rauskommt. Aber keine Ahnung. Jetzt kann ich da... Jetzt ist es live. Wir sind live. Wir sind live. Hier ist es auch live. Das kommt aber erst 24 Stunden versetzt im Vlog. Das ist live live und das ist live. Und das plane ich mal, dass ich so live... Und das alles da ist dein Leben. Nein. Philipp, du bist doch morgen Moderator, oder? Ich quatsche morgen den ganzen Tag. Be ready for the audience. Ich mache mich bereit für morgen. Ich habe von Canon in die Kamera bekommen, um zu testen. Danke Canon. Also ich bin bereit für Live-Logging. Und das zweite ist, ich habe zum zweiten Mal herausgefunden, warum es den S-Mode bei den Drohnen abgeklebt hat. Bei uns schnauern- свое dann schlubende. Les retire calm. Wir sind aufst. Ich habe de... Meine aux soldier, woran? Wir sind aufst. Bis zum nächsten Mal.